Und wir hatten einen Crash. Yay. Dann hören wir den diesmal mal zu, so wie ich es eigentlich machen wollte. Was ist das? Was ist mit dem gülden grünen Baum geschehen? Ich bin weit gereist, um unter seinen Ästen zu beten. Er wurde von einem Blitz getroffen. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich darum zu kümmern. Aber ich habe mit den ganzen Kriegsverwundeten schon genug zu tun. Bitte, lasst es nicht so bleiben. Das ist schändlich. Ich kann mich jetzt wirklich nicht um euch kümmern. Bitte. Lasst mich wieder an die Arbeit gehen. Aber das sollte eure Aufgabe sein. Sollte es. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Es ist schlimm, was mit dem gülden grünen Baum geschehen ist. Definitiv. So, gucken wir mal. Habt ihr diesen elenden Hexenraben-Nesselfluch abgenommen? Jep. Oh, ich... Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles weitere kümmern? Ah, natürlich. Was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Natürlich. Ich wusste doch, irgendwas hat mir noch zu tun. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer heinreist? Gar nicht euch helfen. Ihr steht hinter mir. Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Künarit, wo auch immer man sie hören kann. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer heinreist? Ja, 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 ja. So. Ich träume schon seit Jahren, davon Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Mhm. Ich halte das nicht. Das ist auch... Okay, schließt euch mir doch einfach an. Ich träume von meinem Fremden. Ihr seid zu freundlich. Ich bin direkt hinter euch. Okay. Solange Lydia auch noch mitkommt, ist alles cool. So, und jetzt haben wir wieder den guten alten... Knaritz Segen, der meine Ausdauer echt gut verstärkt. Oh, die Karte. Hübsch, hübsch. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Nein, und östlich von hier bedeutet ihr sehr, sehr weit. Oh, Moment, der kommt uns jetzt wieder überall hinterher, oder? Bitte be... Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Na gut. Dann musste er jetzt aber erst mal mit uns zehn Kilometer mitkommen, oder so. Denn ich habe mir noch nicht vorgenommen, nach Osten zu gehen. Oh, Entschuldigung. Auf zu unseren guten alten, gemischtbaren Händler. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sag Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Lydia, da. Lydia kommt von der anderen Seite. Gib mir mal ein paar Sachen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich arbeite für Beletor im gemischtwaren Laden. Ich arbeite für Beletor, im gemischtwaren Laden. Hey, was soll das? So, Beletor. Was hast denn du so? Oh, etwas hiervon, was davon. Hast du auch etwas davon, etwas hiervon? Hm. Den können wir nicht wirklich gebrauchen. Weil der so schwach ist. Vom Schaden her. Schlapp der Flammenkern weg. Ich nehme mal erst mal das ganze Zeug, was ich nicht gebrauchen kann. Vor allem bevor wir, ja, erst mal die ganzen Sachen, die so schwer sind. Genau, dann sonst passiert das. Und das wollte ich noch nicht. Oh Gott, der hat jetzt schon kein Gold mehr. Na super, was hast du denn so Schönes zu verkaufen? Irgendwas wirklich, wirklich Wertvolles? Nein. Das ganze Zeug, was ich ihm verkauft habe, Zaubertrank. Dann kann ich noch ein paar Vampirstiefel verkaufen an ihn. und das war's schon fast, ha? Ja, wirklich viel haben wir hier nicht. So. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal komme ich wieder. Wahrscheinlich wird das gar nicht so lange dauern, weil ich bald wieder Sachen dann nie verkaufen muss. Aber als nächstes gehen wir mal kurz in unser Haus. In unser Häuschen. Doch, hier ist es. Denn ein paar Sachen möchte ich natürlich auch ablegen. Beinahe in die Feuerstelle gerannt. Moment. Die gute alte Truhe. Die ganzen Bücher. Oh, Moment. Ich kippe sie gerade alle ab. Stimmt, wenn irgendwas doppelt ist, sollte ich das vielleicht behalten. Also. So. Ähm. Hm. Ein Zauberbuch habe ich auch noch. Okay. Die beiden gebe ich auch mal weg. Das Ding auch. Nesselfluch sollte ich auf jeden Fall behalten. Ähm. Ich denke nicht, dass ich alle los werde. Also gebe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen hier ab. Ring des Schleichens ist natürlich auch nicht schlecht. Aber, ach so. Das war ja der, den ich eigentlich, glaube ich, hatte. Den ich dann jetzt nicht mehr weggeben konnte. So. Die Sachen kommen auch alle da rein. Ich denke mal auch die ganzen Amethysten. Wir haben so viel Gold. Also. In. Was ist das? Das Rionstrommel. Okay. Jedenfalls haben wir so viel Reichtum in den Gegenständen aktuell. Dass ich die ohne einen richtigen Händler gar nicht jetzt mehr in Geld umwandeln kann. Die haben alle viel zu wenig Geld. Hm. Aber damit muss ich wohl leben. So. Wo ist die Schmiede? Natürlich nicht hier. Dann gehen wir mal rein. Gucken hier nach. Hier findet eigentlich jeder etwas. Willkommen. Werft einen Blick darauf. Ein paar Sachen möchte ich nämlich dann doch schon verkaufen noch. So. Mehr habe ich nicht. Er hat zwar viel Gold, aber wir haben keine Ausrüstung mehr für ihn. Und den Rest werde ich jetzt versuchen beim Kaji zu verkaufen. Ihr braucht etwas? Ich finde es doof, dass die immer noch hier sind. Aber woher sollen sie wissen? Beziehungsweise es spielt ja keine Rolle, ob die anderen gestorben sind. Sie werden natürlich trotzdem weiter nachgucken. Es wäre ja sehr dumm von ihnen dann plötzlich zu sagen. Ja, unser Anführer ist tot. Wir sollten abhauen. Der Warnemist werft einen Blick darauf. Beziehungsweise so dumm wäre es von ihnen nicht. Aber so schlau sind die natürlich auch nicht. Wow. 75% schneller. Ist nicht schlecht. So. Wir haben so viel Zeug. Das kann alles weg. Brauchen wir alles nicht hier. Zombie erwecken kann weg. Ähm. Oh Gott. Und auch hier haben wir so viel Zeug. Taschendiebstahl. Tarnung ist vielleicht ganz nett. Oh. Krankheitsheilung. Das hätte ich mal überlegen sollen. Wow. Vollständig wieder her. Ich finde gut, dass Stärke hier 9999 ist. Okay. Die würde ich irgendwie doch alle haben wollen. Hm. Okay. Harmonie rollen. Chaos. Wow. Und Tote bis Stufe 30 werden in Brand gestreckt. Und fliehen 30 Sekunden lang. Das ist ziemlich episch. Okay. Was hat er denn so hübsches? Ein Zwergenbogen. Wow. Ein Zwergenbogen des Animus. Wow. Das Ding ist extrem gut und wertvoll. Es wird gekauft. So. Was hat der noch? Hm. Zwergenhemd der großen Zerstörung. Das ist nicht wichtig. Hier ein paar Tränke. Ansonsten. Hat er ganz nette Sachen. Aber... Ups. Was habe ich da jetzt gerade gekauft? Irgendein Blödsinn. Ein Ziegenfell. So. Timer-Robe sieht zwar ganz hübsch aus, aber... Brauchen wir auch nicht. Okay. Die ganzen alten Nordpfeile. Naja, als Sicherheit. Möge euer... Ja, wir sind gleich soweit. Weg. Ähm... Wie war das? F. Rüber, rüber. So. Und jetzt haben wir einen echten Zwergenbogen, ja? Na, hat es doch nicht geklappt? Hm. Komisch. Ich drücke gerade F2 und das will ich nicht. Ups. Es ist in den falschen Trang genommen. Es will irgendwie nicht. Ich gehe auf F1 rüber. Hm. Kann ich mit dem wenigstens handeln eigentlich? Nein, kann ich nicht. Okay. Warum ist das jetzt nicht... Ausrüstung speichern? Ausrüstung speichern. Gruppe benutzen. Will immer noch nicht funktionieren. Will immer noch nicht funktionieren. F1 rüber. Und so. Hm. Hm. macht das und jetzt würde es trotzdem nicht funktionieren. Aber F3 würde aus irgendeinem Grund funktionieren. Mich nervt das. Warum klappt denn das jetzt nicht mehr so, wie ich möchte? Vor allem F1 funktioniert natürlich auch nicht mehr ganz richtig. Gucken wir mal nochmal. Jetzt funktioniert es wieder, aber F2 funktioniert nicht mehr. Es geht mir so auf den Sarg. Es stört wirklich, dass das einfach nicht so funktioniert, wie es muss. Das heißt, das ist jetzt 1. Das 2, das 3 und das hier 8. Damit ich da nicht wieder aus Versehen draufklicke. Jetzt kann ich hier so damit wechseln. Okay. Untertitelung. Das 3, 2. Das 3, 3. Das 3, 4. 2, 2. 3. 4. 5. 5. 7. 7. 7. 9. 10.